hallo liebe zuschauer herzlich willkommen zum schnellen gericht heute nach der schlimmer zeit geht es gleich so weiter es ist wirklich fein ländchen blätterteichmantel gorgonzola plattspinat soße ganz einfach ganz klasse mitgebracht habe ich ihnen schweineländchen silberhaut schon ein bisschen abgezogen zeige ich ihnen noch gleich ein bisschen was dazu parma schinken mitgebracht zwiebel knoblauch plattspinat fertigen blätterteich gibt es natürlich in teekasse dürfen dann auch selber machen aber übertreiben sie es nicht ja dann sind wir beim mittelschnellen gericht heute hier creme fraiche noch dabei brauche das ist eigelb dass man später unseren blätterteich bestreichen können rote paprika zwecks der farbe für unseren plattspinatsoße und natürlich gorgonzola dass man da ein wenig ein pfiff dahinterkriegen dass das alles nach was schmeckt wenig zutaten aber wir kriegen ein super endprodukt raus mein ofen hinter mir habe ich eingeschalten 200 grad blätterteich muss man immer ein bisschen heißer backen sonst fließt sie ihnen weg pfanne habe ich eingeschalten schiebe ich mal hoch hier auf vollgas töpfchen habe ich mal klein gemacht dauert hier und da immer ein bisschen und dann müssen wir die wartezeit nicht miteinander verbringen hier also silberhäutchen hier oben habe ich abgezogen ja die ländchen gibt es ja mittlerweile überall zu kaufen sie dürfen aber auch gern zu ihrem metzger und sagen hier ich brauche ein bigo bello feines auf bearbeitetes ländchen dass da nichts mehr dran ist und jetzt brauchen wir zwei portionen so das dürften so 160 gramm hätte ich ja mal gesagt das reicht aber auch ja das machen wir das dann für den koch haha nein das stimmt nicht das wäre sogar fast eine dritte portion hätte man es ein kleiner geschnitten hätte man drei portionen rauskriegt sie sehen die pfanne hat schon temperatur öl rein was sie für öl nehmen ihre entscheidung ich habe wieder maiolivenöl was ich immer regelmäßig aus griechenland krieg und damit kann ich auch schön braten wenn sie ganz normal sonnenblumenöl nehmen ist es in ordnung ja kein stress will ich ein öl machen das ist nur zum anbraten salz und pfeffer das war meine salz pfeffermischung mehr brauchen wir nicht und unseren blätterteig schauen das ist jetzt einmal so rolle gewesen wo ich gekauft habe der ist eigentlich recht schön da muss ich nichts mehr ausrollen ich muss nichts vorbereiten den nehme ich rolle ich auf so schneiden einmal die portion zack machen wir mal so hätte ich mal geschätzt und das da hinten lassen wir mal offen das ist dann eh übrig so dann legen wir hier noch ein parma schinken rein sie können das aber auch gerne um das fleisch rumwickeln mit anbraten ihr ding es reicht aber der schmeckt sehr gut wenn man einfach so rein legt und jetzt brauchen wir dann noch ein minütchen bis unser ländchen ordentlich angebraten ist und dann sind wir schon wieder dann ist das eine super geschichte was wir auch zu hause schön vorbereiten können so zwei scheiben und wenn es mehr wollen dann machen sie mehr können ich brauche nämlich großes ei gelb da müsste man hoffentlich theoretisch hier noch ein einmal umdrehen eine einen pin zu haben und dort gehen wir jetzt einfach einmal außen rum und sie sehen keine große arbeit top lösung jetzt noch als sie war habe ich aber kein vorbereitet so ganz her raus aus der pfanne es ist einmal rundherum angebraten es kann kein saft mehr austreten hier reinlegen einmal rollen ja oder mich ausgeschmiert mal backpapier hier rollen bis zum schluss so neben hinlegen wo das zuschauen können und das hier ist dasselbe das schneide ich trotzdem gleich hier ein sonst muss ich nur mehr blätter reich rumziehen auch rollen auch auf die seite her legen und jetzt rechts und links zu machen einmal zweimal alles was übrig ist schneiden sie ab das gibt ihnen nur so einen dicken gleich bad das braun ist da nicht das nämlich gleichzeitig unsere beilage hier ja sie müssen keine beilage dazu kochen und dann nur blätter reich und fertig so nehmen jetzt waren wir wieder mutig hier aufs holz brett gelegt und ab aufs brech der hat besser gehalten unser allgelb wo man das hingestellt so einmal drüber streichen und ab in ofen der 200 grad das ganze dauerung für 12 13 minuten deswegen habe ich mir zu geschickt weil jetzt haben wir dann wieder zeit ohne ende ab in ofen und ich bin aus dem schneider dasselbe könnten setzt in der früh machen für abends vorbereiten dass sie nur ihren spinat machen ihr söslern machen das ist innerhalb von ein paar minuten macht zeige ich ihnen gleich ich wisch drüber das brät jetzt hier mal oder beck mal im backofen zwölf minuten und dann sind wir wieder zusammen wenn sie an die soße geben uns anrichten da drin brauchen wir noch 45 minuten wir machen mal so sehr in der zwischenzeit ja und zwar auch ganz einfache geschichte man muss nicht immer grundsoßen kochen dunkle soße machen früher so oder früher die viele sendungen davor haben wir ja oft einmal einen sauerraum genommen heute habe ich mal ein creme fraiche creme fraiche dubel habe ich sogar dabei ja auch eine sehr schöne lösung für soße weil ich brauche bloß die creme fraiche nicht brauche salz pfeffer und fertig mehr brauche ich nicht und alles was man dann zusätzlich noch rein macht ist reine kreativität ihrerseits also habe ich da spinat paprika drin ist oder ob sie da nur zwiebeln oder das ist wirklich egal machen bevor wir das übrig lassen machen wir es auch noch mit rein also zwiebelchen anbraten in meinem fall hier knoblauch anbraten wir könnten das jetzt im ganzen mit rein machen dass der geschmack ist und kurz vom servieren hier rausnehmen ich mache aber knoblauch gerne hier so in gröbere scheiben geschnitten das finde ich sauglich schmeckt mir gut ich weiß auch gerne mal auf so ein knoblauch drauf weil der ist ja nicht so scharf wenn er eben so eine art gemüse knoblauch nimmt er das ganz gut da drin ja so und jetzt kommt noch unser paprika und das machen wir wirklich nur zwecks der farbe rein muss nicht sein kann sein aber ja nichts neues bei unserer kocherei mache ich würfel und warum ich das jetzt alles erst anfangen ist weil meine zwiebel einfach zeit braucht um weich zu werden das ding muss ich glasig schwitzen sonst ist es zu roh da drin und es ist nichts schlimmer selbst auf einer soße also nichts schlimmer stimmt auch nicht gibt es bestimmt viele leute wo so taucht mir ich bin nicht schön wenn eine zwiebel noch quietscht in einer soße das ding muss gegart durch gegart sein und wenn es zu trocken wird einfach mal ein bisschen öl mit rein und fertig so jetzt kommt unser paprika auch kurz anschwitzen salz und pfeffer natürlich nicht vergessen so das ist meine salz pfeffermischung fragen sie mich nicht ein bisschen von was ja ich mag es nach gefühl ich nehme ein pfund salz und hauen esslöffel pfeffer rein ob sie einen weißen schwarzen oder gar keinen rein machen und ich meine mit der pfeffermühle ist natürlich die entscheidung in der gastronomie ist natürlich so wenn ich für 70 leute koch und damit der pfeffermühle anfangen zu kurbeln habe ich dann auch ein dennis arm zehn entscheidende entzündung oder sonst noch was also darum haben wir schon fertig vorgeriebene oder gemahlene gemahlene pfeffer so schauen sie rein so schnell geht süßchen ja das lassen wir jetzt noch einmal durch kochen stell ich drauf nehmen mein spinat her den muss ich nicht zusammenhaken dann muss ich nichts machen die gibt es mittlerweile in den beutel schon fertig gewaschen früher sagt ja das ist ein baby spinat wenn der groß ist müssen sie da hinten den strung raus rupfen weil das ist was was hat bleibt oder sie haben dann durch den fleischwolf oder schneiden mit der hand zusammen kochen dann dann haben sie den berühmten rahmspinat aber baby spinat easy salz und pfeffern ab in die pfanne sehr schöne lösung und wenn das ein bisserl zu dickflüssig wird machen sie einen sprutz wasser rein ja nicht genieren da habe ich schälchen stehen bisschen wasser rein dann kann das schön durch kochen und jetzt nehmen wir unseren gorgonzola mal so ein richtiges paket wir machen ja eine spinat gorgonzola soße muss ich nicht sparen hier schmeckt ist fein der ist jetzt noch nicht ganz so alt ich sage ihnen warum weil ich nicht also so schmeckt er mir echt gut aber wenn es ein richtiger stinker gorgonzola ist für mich grauslich also das ist was wie schischuheraum und ich brauche mein ländchen nicht im schischuheraum ich will das mit geschmack aber es ist meine persönliche entscheidung es gibt ja viele die so was gerne essen weil sonst hätten sie es nicht verkaufen das gute stück so schauen sie her mein soße ist fertig ja durch die wärme wird sich der gorgonzola noch ein bisschen auflösen bis dahin ist mein ländchen fertig ich wisch drüber hol ja ländchen ist auch schon schön braun ich wisch drüber hol zwei teller und dann treffen wir uns zum anrichten soße fertig ländchen fertig und wenn es jetzt so ist wie es das vielleicht am schluss bissel zu groß wird dann haben wir einen kleinen trick sie können nämlich die enden rechts und links abschneiden dann würde ihnen die portion optisch ein bisschen kleiner mengen technisch spielt fast keine rolle da schauen sie unser soße klasse schön gemüse gleich drin farbe ist drin so ist drin alles was man braun und hier wenn ich das nicht so drauf liegt ist dieser ganz schöner klotz sage mal schauen sich mal hinten und vorne ab oder wir machen gleich mit der jungs draus hier abschneiden dadurch schneiden hinten abschneiden hoffen dass schön gebraten ist perfekt gebraten dekorieren hält schön noch mal erstochendes schwein guter wird schmeckt klasse schaut klasse aus